fertig herzlich willkommen zurück zu captain treasure tracker mit hallo episode 3 3 wir sind gestürzt in eine höhle ich hab dich durch haus spiel all die coins ich finde tot cooler als todett ich bin ein junge du bist sexist das bist du so wie sexist bist du ach so ich puste ins mikro weißt du das passiert doch jetzt was das geht doch nicht gut oh nein hi vogel du lernst es echt nicht und sie steckt immer noch schnabel was hat der vogel eigentlich mit den beiden ich weiß dass ich jetzt hier nicht mehr los nee captain tolls rucksack ist größer sehe ich gerade ja er hat mehr stuff drinnen dabei wo bist du todett jetzt kommen die ekligen level das gefühl habe ich irgendwie auch was ist denn hier los da ist er alles dreht sich ich mag die level jetzt schon nicht tja auch du wirst welche spielen müssen nein nein was ach nach links hast du 3d gehabt ja ja ich hatte 3d wer die aussage noch kennt hat ganz viele videos geguckt das stimmt so 3d ist so eine verbreitete krankheit zwischen du und mir die verbreitete krankheit die wir beide haben nur bei uns total verbreitet wie kann ich denn auch so ach wieso machst du deinen anhänger einmal kaputt nein 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 ich habe meine murmel verloren ich fühle mich gerade sehr bedrängt hier meine eule ist auseinander gefallen ähm was machst du denn was war das denn ich habe reingeschrien damit das kommt das merkwürdigste Geräusche was du jemals gemacht hast das klang das klang merkwürdig das war kein menschliches Geräusch siehst du es klappt aber ja du kannst doch einfach pusten du pustest dich sonst weg auch was machst du denn was machst du denn ich hasse das ONE gar nicht mehr das klang zu tun wie komme ich da unten hin ja ich muss auf das ding gehen dann muss ich tun uesp machen nein Nein. Musst du ihm nicht. Ach. Ein Schimmitrotz. Wie kommst du denn da runter? Das ist die Frage. Die Frage der Fragen. Mit BÖÖÖÖ. Nein! Nicht mit BÖÖÖÖÖÖ chử ich dir hoch? Wo runter? Ja, da runter. Die auf die Plattform fallen. Ja, aber die ist doch, die ist doch gar nicht richtig. Achso, die fährt, die kann da rüberfahren. Ja. Okay, okay. Also muss ich hier rüber. Ja, dann mach doch mal. Weißt du, sagst immer. Kommt die Dings? Oh ja. Es geht aber drunten, drunten, drunten drüber. Ja. Was? Was? Ja, ja. So. Nein. Jetzt alles, ich hoffe. Ja, schon. Nur den Goldpilz nicht, der wieder geheim. Den gibt's doch nicht immer. Hallo E-Mail-Programm. Das ist aber bestimmt der Goldpilz. Den gibt's ja nicht. Das sagst du. Jetzt. Ja. Noch. Ja, komm, wie seine Schuhe glänzen. Ja, ist ein shiny. Shiny-Gloss-Schuhe. Aha. Oh, du hast es geschafft. Aha. Du hast es geschafft. Ja. Ja. Guck mal, Krönchen. Krönchen, ja. Katapultflug über den Magma-See. Ja, läuft. Ja. Ich glaube, das jetzt play, mache ich im nächsten Part alleine. Das ist stressig. Aua. Du wirst jetzt geschleudert. Ich weiß. Ich? Oh, wir machen Salto. Ja. Ist ja auch toll, die Baudi. Oh, ich will da unten lang, glaube ich. Dort ist nicht schwer genug, dass du so lang bist, das Ding sich umkippt. Ui. Oh Gott. Pflücken. Okay. Das Level sieht doch noch harmlos aus. Das ist doof hier gerade. Ähm, ja. 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 Ich empfinde das ein bisschen anders. Warte, dreh mal bitte die Kamera so, dass du unter die Rampe guckst. Achso, da bist du lange gelaufen. Da bin ich nicht hergekommen, aber ich will gerade mal hier gucken, ob hier irgendwas ist. Boing und drauf. Ja, war klar. Das war schön. So. So. Ich muss, äh. Oh. Da ist. Da ist Party. Erstmal unten lang. Ja, ich kann ja gar nicht anders. Ich kann ja gar nicht anders. Ich hab ja gar keine Wahl hier. So, das haben wir. Das war aber nicht gut versteckt. Hör mal, Doody. Was geht da ab? Was geht da ab, ey? Ich weiß nicht, was das für eine Stimme war. Huch. Das, das ist aber nicht geplant. Okay. Kann mich das zerquetschen? Oh. Das zerquetscht dich. Ich wollte gerade sagen, das wird da runterrollen. Ich hab nicht dran gedacht, dass... Da ist ein Weg, oder? Ne, okay. Schau mal. Du hast nicht gedacht, dass Physik in diesem Spiel existiert. Ja, ja. Ich hab nicht... Physik war... Nein. Nichts Physik LK, ne? Physik war aus. Nee, das... Hoffen wir, dass da ein Pilz drin ist. Hey. Okay. Immer diese Lacke, ey. Das musst du da unten herlaufen. Ja. Und dann den Stein sammeln. Und dann musst du dich da hoch. Scheiße. Das ist nicht scheiße. Das ist möglich. Scheiße. So, und jetzt wieder zurück. Jetzt warten wir erstmal, bis da einmal... Und dann lässt du dich da hoch schleudern. Ja, hab ich vor. Und auf seinen Kopf und das Bleiche machst du dir auch. Geht das überhaupt... Ja, klar. Oh, na, hast du das Level geschafft. Warum ist da eine Leiter? Weil du da hochgeklärt hast, Bies. Hochgeklärt, Bies. Das war bestimmt kein Schaden erleiden. Ich weiß es doch schon. Ich war voll über die Mikro gerade. Ich weiß gar nicht. Keinen Spike besiegt. Oh, was? Aber das macht doch so viel Spaß. Oh. Das geht doch auch gar nicht. Wie gemein. Du fällst doch automatisch auf den drauf. Ja, dann musst du halt gegenlenken oder so. Was? Was? Piepende Blöcke in den Stern. Oh, nein. 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 Ja. Nein. Ja. Ich hab kein bisschen Trauma mit diesen Blöcken. Ich mein, ich persönlich hab damit kein Problem, aber... Piep, piep. Okay, ich seh schon Wasser. Ich brauch den hier. Piep, piep, piep. So. Trauma Blöcke, ey. Du musst da rüber. Ja, warte. Ich guck grad. Du musst da durchrennen. Was machst du? Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Gott. So. Ich mein, das geht ja noch lang. Das ist sogar die gleiche Musik. Ja. Oh, Gott. Was denn? Ich werde jetzt aber knapp. Ich werde dich aber knapp. Ich werde dich aber knapp. Ich werde dich aber knapp, du. Dead, 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 dead. Ah, schießt nach mir. Du musst da übrigens an der Leiter hängen bleiben, glaub ich. Ich weiß. Gut, dass da so ein, so eine Barrikade ist. Ja, ja. Äh, wofür? Ich bin ein OP. Aha. Also basht. Sagt dir kurz bevor er jetzt gleich wahrscheinlich getroffen werden wird. Wo ist der letzte? Was ist der letzte? Stein. Ähm, vielleicht in dem Gras da oben? Oder bei, nee, bei ihm, bei ihm wahrscheinlich. Ja, bei dem Falltypen. Ähm, ähm. Oh nein. Ah, nein. Die rutscht ja runter an der Leiter. Ja, wenn du, äh, rennen drückst, ja. Und tut er das. Okay. Das, das muss jetzt sitzen. Oh, fuck. Das hat nicht gesessen. Äh, was? Echt? Das muss jetzt sitzen. Oh Gott. So, ins Gesicht. Ey, du hast es geschafft. Oh, jetzt musst du dich da drauf fallen lassen im richtigen Moment. Ist ja cool. So im richtigen Moment. Achso, oder da lang. Ja, das machen, das machen die langweiligen Leute. Was? Das machen die langweiligen Leute, die machen das, oh, die richtig, die richtig coolen Keinen Schaden, weißt du? Hab ich, ne? Ich glaube schon, ja. Ja. Es ging so schnell, jetzt müssen wir noch ein Level machen hier. Spitzhacken, ach, hier. Och, sie kriegt so ein lustiges, tolles Level. Ja. Och, nö. Ja. Yeah. Weiße, kriegt auch noch Belohnungen hier. Finde ich gut. Finde ich gut. Oh. Was ist denn hier? Was geht denn da ab? Was ist ein dickes Hübsch? Ich glaube, das sind über Spitzhacken in den Büschen. Oh. Ab ihn. Nicht sammeln. Oh. 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 Guck erst im Wasser, was ist da? Da musst du, du kannst im Wasser runter, da ist ein Stein. Da ist doch eine Wand im Stein. Ähm, Stein im Wasser. Was liegt da? Achso, ein Juwel. Das ist ein Juwel. Ja, aber erst mal, ich gehe jetzt erst mal da hinten lang, oder? Was ist da oben? Münzen. Münzen. Ui. Gehst du durch die Wand, was ist dahinter? Sieht man nicht, ne? Nee. Da unten ist ein Stein. Das ist jetzt aber doof. Weiß doch gar nicht, wo lang zuerst. Vor allem, wie lange hält die Spitzhack? Hält die länger, weil es ein Speziallevel ist, oder? Wahrscheinlich nicht. Ich gehe einfach. Runter, ins Wasser. Oh Gott. Die Wand. Und da. Ja, sehr gut. Ui. Und daran ziehen. Was war da oben noch? Ich glaube, das war schon mal ganz gut. Geld. Wenn du Glück hast, ist im Gras noch eine, und dann können wir da runter. Ja. Dann hast du alles gemacht. Ja, hoffentlich. So. Hm. Ist ja schon ein bisschen stressig. Tatsache. Aha. Dann ist ja easy. Ich dachte, das wäre nur eine hier, da in der Ecke. Oh Gott. Oh. Nein. Da kriegst du eine neue. Ah. Das war aber knapp. Glaube ich. Ähm. Ja, ich hoffe mal. Hier kann ja überall was versteckt sein. Das ist ja ganz schön. Hm. Du musst schon ziehen. Ja, ja. Halt's ab. Weiter. Oh, da gab's keine neue. Da gibt's eine neue. Aha. Cool das ist. Dreh die Kamera mal ein bisschen. Ja. So. Hm. Okay, da ist ein Juwel. Da oben links bestimmt auch bei ihm. Hm. Man weiß halt nicht, wo man die nächste Spitzsage kriegt. Ich glaube, da hinter. Aber was macht man denn, wenn man hängen bleibt? Du kommst trotzdem weiter, glaube ich. Hm. Es gibt immer Lücken. Oh. Oh, fuck. Jetzt hast du es verkackt. Nein, jetzt hab ich es verkackt. Da kriegst du die nächste. Oh, nein. Ich bin runtergefallen. Oh, verdammt. Warum gehst du denn nicht die Wege? Hm. Ich hab die Kamera nicht gedreht. Das ist immer mein Fehler. Oh Gott. Da ist einer. Ohne ihn dir. Ich bleib stehen. Woher haben die die ganze Spitzhacken? Ja, so ein Depot. Hm. Dahinter ist bestimmt irgendwas. Der letzte Stein, der war da oben. Hm. Sagt auch sowas nicht. 100 pro. Was war das? Oh. Steine, Steine. Mach doch erst die Steine. Aber, aber da war, aber da war, da war Zeug. Hallo. Da war Zeug. Die Steine und die Gegner hättest du immer. Ach so, die geht mit Licht. Das ist ja langweilig. Im Stein ist ein Juwel drin. Pass auf. Ups. Ja, da hab ich dich halt verkackt. Da ist ein Toad. Das stimmt. Das ist dein Freund. Das ist der Grüne, der ist knuffig. Ähm. Was wollen die? Warum sind hier so viele Schleimis? Hey, willst du mir nichts geben? Du bist doch mein Freund. Zieh doch mal einen Geister. Ja, mach doch. Hab ich gar nicht gebraucht. Hm. Halt sie. Hinter dir. Oh. Du bist umzingelt. Stern wieder, du? Weiß es nicht. Warum krieg ich denn so viele Rüben? Hört man drauf. Mal ausprobieren. Na? Ja. Ach so, die kommen wieder wahrscheinlich. Ja. Ja. Ah, okay. So. So. Jetzt links. Dann rechts. Das ist korrekt. Ich weiß. Korrekte Analyse. Gut analysiert. Zieh ihn raus. Ach, da ist ja noch einer. Ich bin gerade voll verplant. So, Moment. Ich muss erst nochmal zurück. Tut mir leid. Da war doch ein Busch. Da ist eh nur eine Rübe drin. Stimmt. So. Jetzt kann man gehen. Immer dieser Stress. Irgendwo ist da noch eine Spitzhacke jetzt. Ja. Die war bestimmt in den Mauern, wo du ihn runtergeworfen hast. Irgendwo habe ich jetzt noch, ähm, Zeug verpasst. Ich bin... Da, 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 da. Schnell. Nein. Das... Oh Gott. Nein, nein, nein. Da ist wieder ein Busch gewesen. Oh, was? Was machst du denn? Ich bin... Ich hab das Loch nicht gesehen. Oh mein Gott. Ich hab das... Jetzt musst du den Stern sammeln. Ja. Ich hab das Loch nicht gesehen. Jetzt musst du den Stern sammeln. Das ist doch alles doof. War die größte Katastrophe hier. Einmal mit Profis. Dann sag mir halt, dass da ein Loch ist. Aber ich dachte... Keine Blöcke zerstören. Was? The fuck. Wir sehen uns zum nächsten Mal von Captain Toad, Treasure Tracker. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Bis zum nächsten Mal.